Dominik Harrison Dominik Harrison, süße Liebeserklärung an seine Mami Zuckersüße Liebesbotschaft aber nicht an Frau und Tochter. Seit November ist Fitnessliebhaber Dominik Harrison, 26, mit seiner Sarah, 26, verheiratet. Ihr Liebesglück haben die Torteltauben nur wenige Wochen später mit ihrer gemeinsamen Tochter Mia Rose gekrönt. Für den ehemaligen Ninja-Warrior-Star sind seine beiden Mädels das Wichtigste auf der Welt. Doch es gibt noch eine dritte Dame im Bunde, die für den Muskelmann unersetzlich ist – seine Mami. Ihr widmet der sportliche 26-Jährige jetzt zum Geburtstag herzerwärmende Zeilen auf Instagram, in guten wie in schlechten Zeiten bist du da. Unersetzlich und voller Liebe. Ohne dich wäre ich nicht hier, ohne dich wäre ich nicht das, was ich bin. Ich liebe dich. Dazu postet ein putziges Bild aus seinen Kindertagen, hierauf schmiegt er sich liebevoll in die Arme seiner Mama Makosha. Und bei seiner Mom kommt der innige Bedei-Gruß ihres Sohnes richtig gut an, überwältigt kommentiert sie unter das Pick, love you, mein Großer. Scheint seinen Liebsten gerne emotionale Nachrichten auf Sozialmedia zu schicken. Nicht nur Mama Makosha überhäufte er mit einfühlsamen Botschaften, auch Ehefrau Sarah und Töchterchen Mia konnten sich schon mehrmals über zuckersüße Liebeserklärungen freuen. Bis zum nächsten Mal.